Willkommen zurück zu Let's race Mario Kart zu besorgt mit Bowser Ich gebe mich nicht. Diesen Cup werde ich auch noch gewinnen, das weiß ich. Huhhm Alter, verpiss dich. Junge, jetzt geh ich mir aus dem Weg. Wer nicht hören will, muss fühlen. Ey, ihr hässliche Mongos da vorne. So. Weg, Peach. Jetzt hast du mich vorbeilassen, Decay. Danke. Nein. Ich lass die Kirche schon wieder so nah rankommen, ey. Ich lass die Wand an. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, da ist er schon. 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 Oh mein Gott. Er kommt. Gitt. So, jetzt hab ich hier ein bisschen Abstand aufgebaut. Ja. Ah, locker. Und natürlich vergisst du die Münzen mitzunehmen. Na toll. Warum noch nicht? Lass ich überliegen. Braucht keinen noch. Nö, nö. Oh mein Gott. 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 Ich dachte, das wäre eine grüne. Ein ganz normal. Ich hab da nicht drauf geachtet. Jetzt nehmen wir die mal mit hier sammeln. Ich hab da nicht drauf geachtet. 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 Nein! Münzen, Münzen, Münzen! Alter, warum fahre ich einfach mal so gut, ey? Was ist denn los hier? Ich bin der geborene Mario Kart Rent-Fahrer! Da nehmen wir noch die Münzen mit, zack! Ey, 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 ist der richtig, richtigen Lauf jetzt auf einmal? Es geht! Bausa ist er heimisch trainiert oder was? Oh, Jojojojojojojo Ja, Bausa, mir kann myself nix vormachen, durchaus heimisch trainiert, ich bin dafür zugednesset habe except 2 Kilo Oder auch die haben oder er hat das Cap so ein bisschen kapiert, somit mit Methan und so, weißt Du? Mit Methyl! Aber obwohl wir wenn drei inverted am Wochenende waren letzten Wochen varit, glaube ich das war knapp mit dem Hypermythyl aber wer das nicht guckt hat müsste es eigentlich kennen Werner kennt das jeder ohne Scheiß wer das nicht kennt der soll sich mal die Ecke ziehen und sich schämen oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott Fick dich doch ins Knie Mogo ich bin noch nicht rückgefallen nur Kuhle Mama Papp nur drei Sekunden die Abstellung wird immer kürzer rektet der Berge der mit v in der jetzt sind wir zu starten scheiß die Hürden aber ich bin Komponenten der dritte 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 vor der Welt der dritte 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 ja alles klar die Tiefel ist das Spiel schon gesunken ja 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 ban stehen 20 ja ma Das war gefehlt. Peach ist hinter mir. Ja, danke, Peach. Danke, gibst du mir richtig von hinten. Female. Oh mein Gott, oh mein Gott. Deine Oma. Peach, du kleine, rassige, freudige. Ohre. Ah. Ich kriege ich, ich rechte deine Kleine vom Leib. Ich werde gewolltigen. Naja, gut. Die Abstände, die wir haben, bei dem Aschlein kann man es gut machen. Danke, Peach. Du Bitch. Okay, für Angst, ich habe Angst. Ich will nicht gegen eine Frau verlieren. Wobei es gar nicht mehr so schlimm ist, Jungs. Aber hier nicht. Vor allem nicht, ich habe mal auf die Fahrspiele. What the fuck? Scheiße, die Wand hat nur mein Cousin, wenn wir jetzt irgendwas schicken, Alter. Tut mir leid, ich bin gerade am Aufnehmen. Er möchte mir ein neues Intro schicken. Ey, aber ein neues Break kommt erst später. Das wird noch nicht mal Ansatz 2. Das ist noch nicht mal Ansatz 2 in Sicht. Ja, ich bin momentan sowieso schon so beschäftigt. Da geht gar nichts eigentlich. Obwohl, denkst du es bald durch? Mario Dutti, da sind wir fast durch. Aber nur fast. Vielleicht kommen noch ein, zwei Parts. Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß es aus dem Kopf gerade nicht, weil ich bin, ne? Ich darf natürlich auch nicht zu viel wegnehmen. Ich bin nicht, ich will nicht spoilern, ja? Noch nicht. Ich habe nur eine Münze, Mama. So, gib mir Münzen. Gib mir Münzen. Gib mir Münzen. Und keine Häuser mit. Fick dich! Na ja, nimm mich von hinten. Ja, du rolliger, kleiner Pisser, ey. Erlisch Passe, muss doch mal dazu sagen, Alter. Steh auf dem zweiten Platz. Der Ritter nicht vertraten gegen einen Stein. Damp, 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 vom Kofferlager nicht zu. Also, vom Kofferlinger der Melodie muss ich sagen. So, das kommt mir nicht zu weit. Oh nein! Ich muss immer von der Bretten, vom Gast gehen, ey. weil ich bretter hier so durch das ist nicht zu fassen ich weiß ja ganz genau dass ich hier immer durchgefahren bin ohne irgend so ein scheiß zelt mitzunehmen ob das ein peach war oder nicht ist mir kack egal aber irgend mit irgendeinem alles geschafft ich habe eine eine runde auf jeden fall egal das ist 5,8 5,6 mb groß alter das ist ja gar nichts zu fahren kann 50 nein jetzt hätten sie müssen verpasst scheiße ich glaube um die Ecken zu kommen es springen Bosa gar nicht mal so dumm aber labern während man mit Bosa fährt ist schon ziemlich dumm ja darum mache ich es auch das war es nicht alles wieder die ich mit genauer rocken das lass ich jetzt mal gelten seht ihr das geht das geht richtig gut eigentlich muss ich mal beibehalten so naa 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 ich muss sagen dass mein schlechtes Spiel mit diesem verfickten Mauser äh ich sag mal neben Part ist vorbei das war es wieder mal mit Mario Kartoffel SuperCircuit und wieder dieses Part mit Star Cup äh ich hoffe es euch fallen und bis dann ciao naa 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 naa